Ende! Hey! Würden Sie mir bitte den Wagen parken? Ich bin im Restaurant. Hey! Nun schlag hier keine Wurzeln in den Perser. Hast du nicht gehört, was die Lady gesagt hat? Junge, Junge, du siehst ja wieder aus. Hm? 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 Hm. Musik 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 Herr Oberforstrat, die Blechkaläsche da drüben haben wir gefunden, etwa 100 Kilometer von hier. Sie kümmern sich um das schöne Stück, nicht?